Was war euer bester Spieler bis jetzt, den ihr gezogen habt? Und, würde mich natürlich freuen, drückt doch sehr, sehr gerne den Däumchen nach oben. Vielen, vielen Dank für euren Support. Irgendein Licht am Anfang muss blinken, oder was? Ganz am Anfang? Oh, eine Nation. Pickford. Das ist mein erster Stadionspieler, Bruder. Ich habe gehört, Van Dyke-Packs sind nicht so geile Packs, ne? Warte, das klingt spannend. Grüße dich, Bruder, by the way. Okay, Spanien ist nicht so geil angeblich. Oh, okay. Erster Wargut, Leute. Okay, Spanien ist doch gut. Okay, es hätte auch Ramos werden können. Okay, jetzt weiß ich, wie ein Wargut aussieht, Leute. Erster Wargut, sag jetzt nicht 12k. Den behalten wir noch. Und noch ein 84er. Jedes Pack ist gar nicht mal so schlecht, ne? Wer von euch kommt aus Wien? Gibt es jemanden von euch, der aus Wien kommt? Ich bin am 7., na warte, 18er, 19er und 20er bin ich auf der Game City wieder. Da bin ich für Elgato und für Saturn am Start. Dort werde ich auch ein Pack Opening machen. Also wenn wer von euch dort ist, wir können gerne Pack Battles machen. Also kommt dann unbedingt vorbei. Die ganzen Uhrzeiten, das gebe ich euch noch Bescheid. Lasst uns in real life ein paar Pack Battles machen. Ja, da gibt es das ein oder andere Gewinnspiel. Warte, es sieht so gut aus, wenn die Tür so leuchtend aufmacht. Aber es passiert halt nichts, ne? Promise! Yes! Ihr wisst, welcher Hashtag jetzt kommen soll, Leute. Ihr wisst es. Pellegrini! Inform! Piqué, Pellegrini, Promise! Yes! Meine erste Inform, Leute. Aber ich habe es nicht erkannt. Aber Gary, da musst du natürlich wieder toneten. Erst dann kommt wieder Ronaldinho. Kappa. Ausruf zu hache Handyspende. Nation! M.S. Bobby! Leute, das sagt er dir heute unnormal. Firmino. Pellegrini in Form. Piqué. Yes! Bei Release auf keinen Fall. Warte am besten bis zum ersten Weekend. Warte, die Tür ist jetzt heftig aufgegangen. Sorry für Spam. Ich habe aus 26k Points einen Walkout gezogen. Und du ziehst aus 10 Packs zwei Walkouts. Bruder, ich habe zwei Walkouts und einen Inform gezogen. Ich wollte dich nur noch korrigieren. Okay, Leute. Ich ziehe einmal Van Dijk. Ich ziehe einmal Van Dijk. Aha! Seltener Spieler. Aber kein Walkout, ne? Oh, Maris! Oh! Okay! Ich liebe Van Dijk! Ich liebe Van Dijk! Danke euch für eure Instagram-Follos. Den sollte ich aber jetzt verkaufen, oder? Ich glaube nicht, dass der noch steigen wird. Oder was sagst du? Oh! 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 Perisic! Perisic! Der ist sicher teuer. Achso, ist ein 84er-Spieler. Okay, ich dachte, der hat 86. 83. Bufon hat nur noch 83. Was? Okay. Okay. Dreimal hintereinander Flagge, Leute. Oh, noch ein 84er. Tadic. Okay, die Decke leuchtet jetzt. Gelb. Oh, 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 oh. Hä? Oh, blind. Der hat noch ein 84-Rating. Leute, wir sind trotzdem im Stadion gefahren. Und wisst ihr was? Ich hab's gecheckt. Und entweder ihr habt euer Team schon. Ich glaube, das ist ein Walkout, Leute. Das ist ein Walkout. Das ist ein Walkout. Kuhn! 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 Erro! Yes! Man! Vom Ritz sind der beste Spieler und ich glaube auch vom Preis her. Yes! Kuhn! Kuhn, Aguiarro! Ja, Mann! Wow! 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 Okay. Aguiarro, Fimino. Die Packsucht lebt wieder. Ja, ich hab schon lange nicht mehr wirklich Packs geöffnet. Alter! Ich glaube, den werde ich aber jetzt schon verkaufen, Leute. Ich glaube, ich werde nur noch in einen Pizza-Burger rennen. Keine Ahnung. Ein Walkout! Walkout! Aber Italien. Immobile. Okay. Naja. Naja. Bei dem werde ich safe noch behalten, Leute. Also 20k für den 86er. Was war euer bester Spieler bis jetzt, Leute? Was war euer bester Spieler, den ihr gezogen habt? Tolisso. Huh! Ich dachte, das ist ein Non-Rare-Spieler. Auf FIFA 19 habe ich immer noch, glaube ich, 5.000, 6.000 Verträge. Wow! Das leuchtet aber jetzt krass, ne? Äh? 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 Ein Impfform! Ein zweiter Impfform, Leute! Mignoliz! So, bitte, 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 bitte! Alle selten! Ein Walker, bitte! Ein Walker, bitte! Oder irgendetwas krasses! Okay, das ist wenigstens ein Stadionspieler. Es ist Andersson, der kostet was, ne? Ich glaube, der ist etwas wert. Tolis! Oh! Ich glaube nicht, dass der jetzt noch so krass steigen wird. Ich denke, der Tolis wird noch steigen, aber Sissoko, Alter! Oh mein fucking Gott! Wir haben Sissoko auch noch gezogen! Jetzt kommt's mir ja erst! Wir haben Sissoko auch gezogen! Ja, da bin ich zufrieden, Leute! Das ist doch jetzt wirklich ein Walkout, oder? Nein, aber ein Stadionspieler! Jimenez, oder? Godin! Welches Rating hat denn der jetzt? Oh! Das ist ja ein Walkout, oder? Shigi hat wirklich ein Walkout gezogen! Ich habe das jetzt gar nicht erkannt, was der... Ich habe jetzt gar nicht erkannt, dass es ein Walkout sein wird! Oh Gott! Okay, wir haben gut gegen ihn gezogen! Shigi hat wirklich ein Walkout gezogen! Shigi-Pack! Leute! Shigi-Pack! Shigi-Pack! Come on! Shigi gönnt doch, oder? 10 von 365! Okay! Okay! Wieso ist... Der Walkout zu... Günstig! Wants to Watch! Wer ist das? Mein erster Wants to Watch, Leute! Torgan Hazard! Endlich! Ich habe es auch geschafft! Ich habe es auch geschafft, Leute! Torgan Hazard! Wants to Watch Stars im Blick von uns! Chichi in den Chat! Chichi in die Kommentare, wenn das Video rauskommt! Und... Wie letztes Jahr, Leute! Shigi, glaube ich! Ich habe ein Kurzzeitgedecknis! Ist egal! Aber ich glaube, Shigi hat dieses Pack geöffnet! Kuss geht raus! Mein bester! Torgan Hazards! Erster Wants to Watch! Genau! Ist echt so! Leider der Falsche! Ich muss kurz mein Handy holen für Instagram, sorry! Nö let's go! Nöste Leuteut aiäähähähäh executed! Sag jetzt nicht, dass das jetzt die deutsche Nationalhymne war! Sagt mir das jetzt nicht, Leute! Dass ich die jetzt gesungen habe! Hab ich das schon gemacht, Leute? Schreibt mir das mal rein! Ich glaube, ja! Ich glaube ja, dass das wirklich die deutsche Hymne war! Als Österreicher! Ja, gut. Der Schlitz der Tür. Okay, jetzt achte ich mal kurz auf die Tür. Ja, sehe ich nichts. Keine Ahnung. Oh! Workout! Das ist ein Workout, oder? Hahahaha! Orban! In Form! Ich musste den Discard bei den FIFA Twins, glaube ich. Egal. Okay, ich nehme alles zurück, Leute. Der ist eh wertvoll. Das ist massiv. Le Mans! Ramos gönnt Konkurrent. Real Madrid zieht Atletico. Danke dir, Dennis. Der Dingsbus sollte gleich kommen. Der Alert. Und man hört ihn nicht mehr doppelt, Gott sei Dank. Danke dir, Dennis. Herzegin was? Was? Okay. Das ist definitiv nicht der echte Alert, Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Was macht die scheiße Katze da? Habt ihr diese Katze gerade gesehen? Ey! Ich habe heute alles eingestellt. Hahaha! Nein! Hä? Im Form! Okay. Okay, wenigstens ein Impfform. Er ist auch so richtig am Boden geblieben, Leute. Er ist einfach beim... Wants to Watch, Leute! England! Maguire! Das hat sich ja richtig ausgezahlt. Zweiter Wants to Watch. Der teuerste Linksverteidiger, äh, Innenverteidiger auf der Welt. Opa! Das ist einer meiner Wunschspieler. Einer meiner Wunschspieler. Mann! Da ist schon wieder diese Katze! Leute! Ich will diese Katze nicht haben! Oh! Info! Äh, Wargott! Ah, okay. Ah, Pjanic! Okay! Hahaha! Okay! Ich dachte, das ist Cecho, Leute! Geil! Wie ihr Peace-Up macht, es kommt nur ein kurzer Ton und dann kommt so eine Katze, weißt du? Wieder im Stadion! Aber leider kein Walkout Deutschlands! Rechtes Mittelfelds! Gnabry! Jetzt saftet er, Leute! Warum sagt er der? Wants to Watch, Walkout und jetzt Gnabry! Gnabry 30.000 bis 40.000! Geil, Alter! Brozovic, Mandzukic, den brauchen wir für die Nationen-SBC! BR 2018